Ich gehe davon aus, Schwestern und Brüder, dass sie eine Wohnung haben, ein Zuhause haben, dass sie wissen, wo sie hingehen können. Und dafür sollen wir sehr dankbar sein. Eine Wohnung haben. Nicht alle Menschen können beruhigt irgendwo wohnen. Es wurde uns gesagt, dass Gott selbst auch eine Wohnung unter den Menschen haben möchte. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Wenn wir von Wohnung sprechen, dann denken wir an das Zuhause. Und das gute Zuhause ist auch dann und besonders dann gegeben, wenn wir uns wohlfühlen. Ja, es wird gesagt, Zuhause ist Mann und Frau dort, wo Mann und Frau geliebt wird. Wo du geliebt wirst, bist du zu Hause. Und so soll es uns nicht überraschen, dass Gott eben ein Zuhause bei den Menschen sucht und dass von Seiten des Menschen das Bemühen zu lieben erwartet wird. Dieses Lieben sehen wir in der Mutter Jesu auf vollkommene Weise verwirklicht. Und so kann Gott bei ihr Wohnung nehmen. In ihr wohnen. Der Sohn Gottes wohnt in der Mutter Jesu. Und der Mensch gewordene Sohn Gottes, Jesus, ist auch Wohnort Gottes. Gott wohnt in Jesus. Gott lebt in Jesus. Gott wirkt in Jesus und durch Jesus. Also der Mensch ist Wohnung Gottes. Gibt Gott ein Zuhause in dem Maß, in dem er Gott lieben möchte. Und es wurde uns so schön im Evangelium geschildert, dass Zachäus von Jesus aufgesucht wird, vom Baum herabgerufen wird. Aus einem Zuschauer soll ein Gastgeber werden. Jesus lädt sich ein in das Haus des Zachäus. Und noch mehr, Jesus darf eintreten in das Leben des Zachäus. Die Reaktion des Zachäus wurde uns geschildert. Er ändert völlig sein Selbstbild. Er ändert sein Denken. Er ändert sein Verhalten und sagt, Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen. Und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Kommt Jesus ins Haus, ins Leben, so kann plötzlich der Mensch großzügig sein. Und er hat begriffen, dieser Zachäus, dass Jesus selbst der eigentliche Reichtum ist. Und wir können sagen, weil Jesus in das Haus des Zachäus eingezogen ist, ist das Haus des Zachäus schon ein Gotteshaus geworden. Weil Gott selbst da sozusagen gestalten darf. Gott hat das Reden in diesem Haus. Es geht praktisch dieses Wohnen Gottes immer durch die Herzen des Menschen, der Menschen. Und Menschen, die sich im Herzen von Gott bewohnen lassen, sind dann in der Lage, so ein wunderbares, schönes, auch physisches Gotteshaus zu bauen. Ein Haus aus Stein. Also Menschen, die selbst lebendige Wohnung Gottes geworden sind, drücken das aus und wollen einen Ort der Gemeinschaft, einen Ort der Versammlung schaffen, damit eben die anderen, die auch Christus aufgenommen haben, mit ihnen feiern. Und so konnte in diesem wunderschönen Gotteshaus schon 294 Jahre gefeiert werden. Ein Haus des Gebetes. Ein Haus der Gottesbeziehung. Ein Haus der Erneuerung des Menschen. Und wenn jetzt ein Mensch ins Gotteshaus kommt, dann sollte sich dasselbe verwirklichen, wie wir es bei Zacchaeus erleben. Das Selbstbild des Menschen wandelt sich, weil Christus ins Leben getreten ist. Es wurde uns in der ersten Lesung schon geschildert, dass Ezechiel in einer Vision sieht, dass vom Altar Wasser ausfließt und aus dem Tempel in das Landesinnere fließt. Und wo immer dieses Wasser hinkommt, werden alle anderen Wasser gesund. Und dann heißt es, dass links und rechts von diesem Wasserstrom allerlei Fruchtbäume wachsen, die zu jeder Zeit Früchte bringen und dass die Früchte als Nahrung dienen und die Blätter als Heilmittel. Ein Hinweis, dass die Früchte, die aus diesem Geschenk Gottes erwachsen, dass diese Nahrung sind für uns, aber auch, wie es von den Blättern heißt, sie sind Heilmittel. Diese Welt, diese Menschheitsfamilie, ja, wir alle brauchen Heilmittel. Und nicht zufällig wird genau der Sohn Gottes auch Heiland genannt, weil das, was von ihm kommt und was er bewirkt, heilsam ist. Und es ist gut, sich immer wieder daran zu erinnern, dass, wie es in der zweiten Lesung gelautet hat, dass alles vom Himmel, von Gott her zur Erde kommt und dass die Erneuerung der Menschheitsfamilie von Gott geschenkt wird und spürbar wird diese Erneuerung vom einzelnen Menschen wahrgenommen, indem das Trauer, Klage, Weinen und Tod ein Ende nehmen. Und er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Mögen wir, die wir hier, Gott sei Dank, sehr häufig zum Gebet uns versammeln, mögen wir solche sein, die Erneuerung erleben, die Verwandlung erleben, die Heilung und Befreiung erleben, die dann ähnlich wie Zachäus sagen können, jetzt kann ich großzügig sein, weil ich das Erbarmen Gottes kennengelernt habe. Gott ist eingezogen in mein Leben, in meine Familie, in mein Haus. Amen. So spricht Gott, ich bin dein und für dich und ich liebe es, der zu sein, der ich bin, um mich dir zu schenken und dein zu sein. Es geht uns ja ganz genau so wie dem Zachäus, in dem wir Jesus Wohnung geben, gibt er uns Wohnung. Er gibt uns ein geistiges Zuhause, wo wir uns wohlfühlen, wo wir geliebt werden. Ja, er gibt uns die ewige Wohnung. In dieser Welt lassen wir Gott bei uns wohnen, in der kommenden wohnen wir bei ihm. Ein guter Tausch. Ja, die